Yo, 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 Leute, was geht? Willkommen zur Review-Folge für Episode 11 von Attack on Titan. Ich hab natürlich wieder Akira dabei. Und Akira, wir sind 5 Folgen vor dem Finale dieser Season. Fühlt es sich real an gerade? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, ich bin, ich muss sagen, ey, ähm, ich meine, wir wussten vorher alle, dass diese Staffel 16 Folgen haben wird, aber dennoch, so langsam erwischt es mich, dass ich mir denke, okay, ich weiß zwar, also ich hab eine Vermutung, wo es ungefähr nach Folge 16 enden muss, aber trotzdem fühlt es sich so an, als wäre diese Staffel super kurz gewesen, ne? Ja, also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ich hab immer noch das Gefühl, es endet mit so einem Original Ende, aber es wirkt wirklich ziemlich kurz, Alter, wirklich. Es darf nicht mit einem Original Ende enden. Das wär so hart, ne? Das wär so hart. Niemals. Also, ich glaube auch nicht, dass du das noch in 5 Folgen so wirklich nachvollziehbar vermittelt bekommst, aber vielleicht, äh, werden wir auch überrascht, auf jeden Fall, ähm, ich würde auf jeden Fall eine zweite Staffelhälfte extrem bevorzugen. So, äh, in dieser Folge, ähm, haben wir ja endlich nach zwei Wochen Abstinenz, glaube ich, äh, endlich wieder den Fokus auf Gabi gelegt in der Story. Und das ist persönlich mein absoluter Lieblingsteil der Story, nämlich dieses ganze Gabi entkommen und muss dann der Realität der Welt ins Gesicht blicken, arg, so, ne? Und ich hab das total genossen. Es fängt ja schon ultra krass an, ähm, dass, äh, Gabi erst mal so einen Anfall in der Gefängniszelle, äh, simuliert und dann den Wächter mit so einem Ziegelstein einfach tot prügelt. Also, der ist ja tot tot, so, ne? Muss er ja wohl wahrscheinlich sein. Hat man ja gesehen, deutlich, ne? Und ich hab mich halt schon im Manga gefragt und ich finde, der Anime hat das auch nicht so richtig transparent, äh, gezeigt. So, war Falco in dieser Nummer mit beteiligt? Muss er ja gewesen sein, er kann es ja unmöglich nicht mitbekommen haben, oder? Ja, ich denke, der war beteiligt, aber ich glaube, der war auch der Meinung, dass Gabi das eigentlich nicht hätte machen sollen. So denke ich das in der Richtung. Aber der war beteiligt, der war beteiligt. Ja, ich glaube, der war auch nicht so ein Fan davon, wie oft sie auf ihn eingeprügelt hat, dass er stirbt. Okay, aber man muss auch sagen, ne, dass, dass die ihn tötet, das, glaube ich, war nicht mit einbeteiligt. Achso, nicht mit einbegriffen. Ja, ja. Ja, ähm, ich muss sagen, das Geile an der Folge ist ja, dass Sascha quasi mit dem konfrontiert wird, was sie getan hat, nämlich sie hat Saschas Leben genommen. Und jetzt, äh, hat sie es mit einer, äh, ja, so einer Pflegefamilie zu tun, nicht auf einer gewissen symbolischen Weise auch ihre eigene Pflegefamilie zu diesem Zeitpunkt, äh, in dem Kaya, das blonde Mädchen, eins von Sascha gerettet wurde. Und entsprechend, äh, 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 Sascha, äh, was heißt, feiert, ne, aber sie bewundert sie natürlich und möchte ihr eigentlich nacheignen. Und das ist so eine schöne Parallele à la, du musst dich dem stellen, was du verbockt hast, ne, und Gabi muss sich jetzt dieser Familie stellen. Und diese ganze Nummer von wegen, dass Gabi sich wirklich angeekelt fühlt in der Nähe von, äh, ja, Eldians zu sein, ne, man merkt es ja schon, diesen Ekel, wenn sie, äh, am Essenstisch sitzt. Falco schlürft das Zeugs runter, ich weiß jetzt nicht, ob das Kompliment mit, dass das Essen lecker ist, ernst gemeint war, aber du siehst so wirklich, wie, äh, Gabi so körperliche Reaktionen zeigt. Und Kaya ist es dann auch diejenige, die also relativ bald checkt, okay, das sind offensichtlich Mali-Kids, aber ich verpfeife die nicht. Und Gabi ist ja von full on, ähm, Rache aus, beziehungsweise Vergeltung aus und will sogar diese unschuldige Kaya töten und so. Und das ist ein Punkt, ich finde das eigentlich diskussionswert, ich kriege gerade wieder mit, dass der Hass auf Gabi gerade wieder liegt, so bei den Fans und so. Und ich will erst mal wissen, was ist dein Standpunkt, wie würde, also erst einmal teilt du diesen Hass und falls nein, was wäre dein Argument, Gabi hier nicht zu hassen? Also, allgemein hasse ich Gabi nicht, das ist ganz ehrlich, ähm, aber sie zu schützen, das Ding ist, Gabi, Gabi ist jetzt anders, sie ist aus einer anderen, in einem anderen Land, das ist halt das Interessante, ne, sie hat halt Angst irgendwie. Jetzt muss man auch ein bisschen da gestehen und denkt, okay, sie will überleben, ne, heißt, wenn einer irgendwie sagt, die ist, äh, die aus Mali oder so, ist klar, dass man dann denkt, man wird jetzt umgebracht. Und sie ist nicht einer, die hat Angst, sie wird sofort zuschlagen, das ist halt ein, das ist ihre Art, ne. Also, das ist so eine Art, wo man sie nicht sagen soll, sie soll man hassen. Okay, sie hat Sascha umgebracht, aber das ist halt so eine Sache für sie, ne, sie hat halt nicht unbedingt auf Sascha gezielt. Ja, es ist jetzt, ja, ich meine, wir haben die ganze Denanzo-Vergleich letzte Woche ja schon ein bisschen besprochen, warum der absurd ist. Und ich hab das Gefühl, Attack on Titan-Fans sind ein bisschen gut darin zu ignorieren, dass wirklich Gabi ein kleines Kind ist. Ja. Und es ist halt immer so eine Frage, ja, aber wenn sie erwachsen wäre, würdest du nicht so über sie reden, aber das ist halt, hätte, hätte, Fahrradkette, sie ist halt nicht erwachsen, so, weißt du, was ist hier das Argument? Und einem Kind, das ihr ganzes Leben lang irgendwie eingeprügelt bekommen hat, dass sie ein Teufel ist, dass sie der Nachfahre von Teufeln ist und sie sich ihr Leben lang unter diesem Nazi-Regime anstrengt, eine Daseinsberechtigung zu beweisen. Und dann jetzt mit ihrem potenziellen Feind konfrontiert wird, von dem ihr ihr ganzes Leben lang gesagt wurde, dass für all die Scheiße, die in ihrem Leben passiert, diese Menschen verantwortlich sind oder diese Teufel vielmehr. Ja. Überzeugen könntest, weißt du, dann hätten wir sehr viele Probleme auf der Welt. Nicht. Ich meine, siehst du schon bei dieser ganzen Corona-Nummer, du kannst wirklich die logischsten Argumente für eine Impfung aufbringen und trotzdem werden Leute sagen, ja, aber Bill Gates wird dir einen Computerchip einpflanzen. So. Und das ist nicht ein Fall von Menschen sind zu dumm, es ist ein Fall von, okay, irgendwas ist in der Erziehung dieser Menschen halt schiefgelaufen. Ja. Und das ist jetzt bei Gabi auch der Fall, nur, dass Gabi so jung ist, dass sie jetzt Potenzial hat, die Wahrheit noch zu erkennen. Jetzt muss man natürlich sagen, sie hat halt Sascha auf dem Gewissen. So, das ist passiert. Ist halt eben so, ne? Ja, es ist halt, das ist halt eine der tragischen Momente eines Krieges. Genau, genau. Krieg ist, Krieg ist halt nie gerecht. So, weißt du, was können unschuldige Menschen dafür, wenn irgendwelche Hurentiere untereinander entscheiden, dass zwei Völker miteinander Krieg führen sollen. Und das ist ja auch ein gutes Argument, das ja auch Kaya als Gegenargument bringt, so von wegen, ey, warum musste meine Mutter sterben? Warum musste sie vor allem so grausam sterben? Und Gabi erklärt, ja, wegen deinen Vorfahren. Ja, aber das war doch vor hunderten Jahren, was hat meine Mutter getan? Und dieses ganze Katze-und-Maus-Spiel und du merkst halt, dass Gabi diese Diskussion verliert und sie merkt es selber. Und sie bricht dann in Tränen aus. Und das ist, das liebe ich, weißt du, weil das ist so eine reale Komponente, weil genau so würde das halt laufen, wenn Attack on Titan so ein Real-Life-Event wäre, weißt du? Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, was jetzt ein passender Vergleich wäre, ich glaube, ich lasse den Vergleich, weil das so ein bisschen unmenschlich wäre. Aber man kann sich das halt vorstellen, ein Mensch, der feststellen muss, dass alles, woran er jemals geglaubt hat, nicht komplett richtig ist. Man muss auch sagen, Gabi hat ja jetzt gerade hier in dieser Folge, muss man auch sagen, ein bisschen Schlimmeres gelebt, erlebt als in Folge 1 oder 2, wenn du mal überlegen kannst. Das ist einfach nur krass auch. Ja. Ich finde es aber auch irgendwie interessant, dass Gabi nicht die Illusion hat, aus dieser Nummer lebend rauszukommen. Ihr Ziel ist ja, so wie sie es hier sagt, sie weiß, dass sie gefangen genommen und getötet wird. Also sie denkt immer noch, dass sie getötet wird. Und deswegen will sie einfach nur von Sieg erfahren, warum er sie verraten hat. Und das finde ich deswegen interessant, weil das ja eigentlich nicht unbedingt kompatibel mit ihrem Glauben ist, weißt du? Beziehungsweise sie könnte sich vielleicht halt auch denken, okay, was haben diese Teufel mit ihr gemacht, um dich auf ihre Seite zu locken? Aber was ist, wenn zu diesem Zeitpunkt Gabi auch eigentlich diese Zweifel hätte, aber sie muss es aus dem Mund von Sieg hören, weißt du, damit sie wirklich daran glauben kann? Ja. Ist auf jeden Fall super interessant. Willst du sagen, diese ganze Kaya-Situation am Ende, wenn du auch das Ending reinkickst, ist so das Highlight dieser Folge oder hattest du ein anderes Highlight? Das mit Kaya war 100% das Highlight, auf jeden Fall. Ihre ganze Szene, was sie gesagt hat, die ganzen Worte. Dieses Mädchen hat dieser Folge wirklich Großes geleistet, ganz ehrlich. Es ist halt heftig, obwohl sie halt nichts getan hat, außer lieb zu sein, ne? Genau, einfach so, eigentlich so diese Art von korrekt sein und sie hat die eingeladen, sie weiß Bescheid, sie lässt die am Leben und trotzdem versteht dann Gabi und Falco einfach nur Bahnhof. Ja, wobei Falco schon ein bisschen verständnisvoller ist. Ja, ja, der ist aber, ich denke mal, das ist auch wegen seiner Erziehung so ein bisschen, aber ja. Ja, ich glaube, es ist, ja okay, ich meine, er war ja schon vorher so ein bisschen ein Softboy und da fragt man sich, was bei den Eltern richtig gelaufen ist, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass er dieses Gespräch mit Rainer und Eren mitbekommen hat. Ja, genau, passt auch bitte. Apropos Eren, wir kriegen ja die Situation mit, dass die Presse so ein bisschen mitbekommen hat, dass Eren im Moment in Haft ist und wir finden heraus, dass unsere neuen Rekruten die Informationen an die Presse weitergegeben haben und stellen dabei heraus, Eren wird zu diesem Zeitpunkt ihr wirklich vergöttert. Also er wird halt so eine Art befreiender Jesus angesehen von den jüngeren Leuten, die nicht von Anfang an mit ihm dabei waren. Und das ist halt auch eine interessante Entwicklung. Also Eren macht ja in dieser Staffel mehr und mehr diesen Prozess durch, dass er so ein bisschen der Schurke oder eines dieser bösen Elemente dieser Serie wird, obwohl er ja eigentlich nüchtern betrachtet einfach nur diesen teuflischen Kreislauf dieser ganzen Titanen-Nummer beenden möchte. Aber jetzt haben wir auch die Situation, dass du merkst, hey, egal was Erens Intention ist, andere Leute nehmen das anders wahr. Seine Freunde nehmen das gerade richtig problematisch wahr, aber die jüngeren, die neuen Rekruten, die nehmen das wirklich als so eine Befreiungsaktion wahr und wollen ihn zu ihren Mieder erklären, so Che Guevara-mäßig. Und das finde ich halt super interessant, wie Erens Rolle mehr und mehr in eine bestimmte Richtung gerückt wird. Weil das ist ja jetzt gerade super problematisch, dass wir Verräter bei unseren eigenen Soldaten haben, die ganz klar so eine Art Eren-Fraktion sind. Ja, da merkst du schon, dass in naher Zukunft irgendetwas wohl passieren mag im Anime. Also das kann ja schon sein. Ich meine, letztendlich sind die verhaftet worden. Okay, mal sehen aber wie lange und ob da noch gute Gründe noch geben wird, ob die rauszulassen. Naja. Ey, was ich, ich glaube mein Highlight dieser Folge neben diesem Ende mit Kaya war auf jeden Fall die Szene, wenn Hanji halt dieses Gespräch mit Flock und den anderen hat, die dann aufstehen und dann Hanji diesen Flashback hat, wo der Typ ja irgendwie, glaube ich, gesagt hat sowas wie, wir sind gefangen in so der Bühne des Schicksals und alles, was sich verändert, sind nur die Darsteller. Und während er das so sagt, siehst du halt dieses Bild von diesen leeren Stühlen und du merkst halt so, ey, das ist halt symbolisch genau das, was wir hier gerade haben. Wir befinden uns in einer Situation, wo sich die Darsteller dauernd ändern, aber diese Stühle werden trotzdem am Ende des Tages besetzt. Und das ist ja dieser ewige Kreislauf, in dem diese ganze Welt drinsteckt. Und Edens Ziel ist es ja offensichtlich, diese Stühle zu vernichten, also metaphorisch gesehen so, ne? Während alle anderen halt einfach nur planen, auf diese Stühle Leute zu setzen, mit denen sie ihre Ideale vereinbaren können. Und das ist eigentlich ein sehr schönes, symbolisches Bild gewesen, finde ich. Genau. Ja, muss ich erst mal auch dran denken, wie du das gesagt hast. Aber das stimmt eigentlich. Mikasa hat ja auch so ein bisschen Screentime in dieser Folge, wenn sie dieses Mädchen in die Zelle reinwirft und wir sehen ein ... Ich weiß nicht, ob es Anteasen ist. Ich weiß auch nicht, wie ich über das reden soll, ohne es zu spoilern. Aber vielleicht machen wir das lieber als Frage für die Zuschauer und die Zuschauerinnen. Dieser Moment, wenn Mikasa diese Kopfschmerzen bekommt und dann an den Flashback denkt, wie Eren sie eins gerettet hat. Was glaubt ihr, warum sie auf einmal daran denken musste? Also, was ist eure Theorie, was das symbolisieren oder darstellen soll? Weil, ich weiß ehrlich gesagt, Akira, kannst du darüber reden, ohne irgendwas zu viel zu verraten? Ja, ich denke, also, ich kann eigentlich nur eins sagen. Ich denke, Mikasa kriegt langsam irgendwie so den Gedanken an sich, dass Eren wahrscheinlich vielleicht doch gefährlich ist, anscheinend so. Ah. In diesen Worten, weil ... Und da kriegt die erst mal mit, okay, Eren war schon als Kind so. Also, Eren hatte das als Kind schon immer so gehabt. Er tötet einfach, ohne zu gucken, Menschen. Er macht das. Und ich denke, so läuft das hin. Und dann sieht die so, okay, jetzt hat die so Leute hinter sich. Also, Eren hat Leute hinter sich. Das wird irgendwie schon ein bisschen anders komisch, dieser Gedanke. Und dann könnte Mikasa so denken, wird Eren wirklich normal oder nicht? Das ist ein sehr guter Punkt, daran habe ich gar nicht so richtig gedacht. Aber es ist ja interessant, weil, dass Mikasa so langsam anfängt, an ihm zu zweifeln. Und das Mädchen in der Zelle fragt sie ja auch so, ey, so, Eren hat dich doch eins auch gerettet. Eigentlich müsstest du doch dann auch dafür sein, ihn jetzt zu befreien und ihn zum Anführer zu machen. Und wir haben ja wirklich diesen Konflikt von Mikasa zwischen dem, was sie bis zu dieser Folge immer in dieser Serie geglaubt hat. Nämlich, dass sie Eren beschützen muss und dass Eren immer für sie da ist. Und sie war ja auch eine derjenigen, die in der letzten Folge klargemacht haben gegenüber Jeanne und den anderen, dass Eren, egal was er tut, das immer noch für sie machen würde. Und jetzt hinterfragt sie auch so ein bisschen scheinbar, okay, Moment mal, wenn ich so darüber nachdenke, dem Typen ging es eigentlich immer nur um seine Rache primär und alles andere kam sekundär. So, natürlich wird da noch ein bisschen mehr kommen, aber ich würde gerne wissen, Leute, glaubt ihr, das ist so symbolisch gerade eine Szene gewesen, die zeigen soll, dass Mikasa an sich zweifelt? Oder ist das irgendwie eine ganz böse Art von Foreshadowing für irgendwas anderes? Das finde ich auf jeden Fall interessant, daran habe ich gar nicht gedacht, das ist echt gut. Weil es zeigt ja, es rückt ja auch so ein bisschen in dieser Folge die Positionen gegeneinander. Du hast die Eren-Fraktion und du hast die Anti-Eren-Fraktion und dann hast du noch die Malis, die noch ihren ganz eigenen Shit irgendwie durchziehen. Ja. Ich muss sagen, die ganze Mali-Nummer war mir jetzt persönlich in dieser Folge ein bisschen egal. Ich fand es so interessant, dass Reiner jetzt derjenige ist, der sagt, nein, wir können keine sechs Monate auf den Plan warten, wir müssen jetzt zurückschlagen. Und ich an der Stelle von all den anderen so in dem Raum will mir denken, Bro, also du solltest jetzt ganz leise sein. Also du solltest ganz leise sein. Digga, was würde er tun natürlich? Oh Gott. Genau. Wir haben ja auch noch ein bisschen Szenen mit Pixies und Jelena, ganz kurz. Ja. Ja, wo Pixies auf jeden Fall nebenbei so seinen Anmachspruch versuchte und Jelena irgendwie klarzumachen. Und ich weiß nicht, ob das absichtlich war. Ich habe immer gelernt in der Uni, egal was so in Literatur passiert, du solltest immer davon ausgehen, dass es mit Absicht gemacht wurde. Aber ich nehme an, es war halt wirklich mit Absicht, dass er ihr Komplimente macht, a la, boah, so eine schöne Frau und so. Und sofort danach gibt es einen Switch zu einem Pferdegesicht. Perfekt. Ja, also ich denke mal, das war Absicht. Übrigens, der Pferd auch irgendwie so Low-Key-MVP in dieser Folge. Beste Charakter. Wenn er gar misch Kopf beißt. Ich weiß gar nicht, ist das so ein Ding? Können Pferde Menschenköpfe beißen, ohne sie dabei kaputt zu machen? Tun Pferde sowas? Also ich habe es noch nie gesehen oder irgendwie gelesen oder gehört. Ich muss sagen, ich hatte immer ein bisschen Schiss so vor dem Kiefer von Pferden und Kühen und so weiter, weil ich mir dachte, ja, was machst du denn, wenn die zubeißen? Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie stark der Kiefer von so einem Pferd tatsächlich ist, weil die haben ja so einen kleinen Mund. Ich hatte mal meine Hand dazwischen, aber das war gar nicht so schlimm. Also es hat jetzt nicht so richtig krass zugewiesen. Ich weiß nicht, ich hatte voll Panik. Aber ich muss auch sagen, ich hatte halt nie Kontakt mit einem Pferd. Das ist so der arme Bauer in mir, der die große, weite Welt nicht kennt und deswegen Angst vor allem hat, so wie Gabi. Aber ich finde es halt irgendwie schön und inspirierend, dass hier Gabi und Falco so eine Art Sascha und Conny geworden sind, was die Comedy angeht. Ja, stimmt ein bisschen, ne? Und jetzt ist es halt so, dass wir fünf Folgen vor dem Finale dieser Staffel, sag ich mal, stehen. Und was wir als Vorbereitung haben, ist, dass Rainer gerade vorschlägt, jetzt sofort zurück anzugreifen und dabei anteasert, dass Sieg bestimmt auch schon einen Plan hat, um sich zu schützen. Wir wissen noch nicht, was mit Sieg und Levi ist, was die eigentlich jetzt die ganze Zeit machen. Wir haben Eren in dieser Folge gar nicht gesehen und wir haben diese, ich will sie nicht Verräter nennen, aber wir haben diese Eren-Fraktion, die jetzt auch in den Kerkern ist. Und ganz ehrlich, da muss man ja kein Genie sein, um irgendwie herauszufinden, wahrscheinlich wird Eren irgendwie ausbrechen und wahrscheinlich wird er seine Leute mit sich nehmen. Und die eigentliche Frage ist jetzt, wie viele Leute hat Eren eigentlich auf seiner Seite? Also wird das jetzt eine große Nummer oder nicht? Oh ja. Und ich finde es halt interessant, dass wir eigentlich ursprünglich diesen Zwei-Seiten-Konflikt zwischen Mali und Paradies hatten und es mittlerweile dieser Drei-Seiten-Konflikt zwischen Mali, Paradies und Eren geworden ist. Und je nachdem, wo Sieg steht, könnte das noch eine vierte Fraktion sein oder er gehört zu einem der anderen dreien. Also an sich finde ich die Vorbereitung auf das, was jetzt als nächstes kommt, sehr gelungen. Also ich bin richtig, ich bin wirklich gespannt drauf, wie das jetzt umgesetzt wird. Ja, man kann jetzt gespannt sein, vor allem Gabi soll jetzt auch mit Falco und die anderen irgendwo essen gehen. Das halten wir auch nochmal gut feste, also im Großen und Ganzen. Digga, das wird die nächsten Folgen werden. Digga, die nächsten Folgen werden einfach sehr interessant. Es wird sehr interessant auf jeden Fall. Und ich bin super gespannt. Weißt du, was ich eigentlich sehen will? Guck mal, wenn ich die Möglichkeit hätte, irgendeine Person zu verfolgen, dann würde ich so gerne einen oder eine Gabi-Haterin folgen und einfach nur sehen, was für ein Gefühlschaos sie im Rest dieser Staffel hat. Weißt du, ob dieser Gabi-Hass anbleibt oder sich doch noch in eine andere Richtung verändert. Weil ich muss sagen, ich finde dieses Gabi-Element halt super gut in der Story, weil du hättest ja auch theoretisch auf sie verzichten können zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt brauchst du ja gar keine Gabi. Es reicht ja, dass du einen Eren hast. Es reicht alles andere, die ganzen Erwachsenen und so. Und sie ist ja nur eine zusätzliche Facette, von der wir eigentlich wissen ja, natürlich können wir uns das auch denken, dass Leute aus Mali die ganzen Paradies-Leute für Teufel halten. Wozu brauchen wir sie? Aber diesen Progress zu verfolgen von so einem kleinen Kind, die halt umgekehrt in so einer Eren-Rolle früher war und jetzt wirklich ansehen muss, wie ihre Lebensrealität so zusammenbricht, während schon alles um sie herum super fragil ist, weil wir wissen noch nicht, wie das in dieser Welt ausgehen wird. Ich finde, das ist das eine Element, von dem ich echt sagen muss, wenn das fehlen würde, würde ich Attack on Titan wirklich weniger feiern, glaube ich. Also, vor Start dieser Staffel war wirklich der Gabi-Arc so das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Weil ich finde, dass solche Rollen auch so ein bisschen wichtig sind. So, ich sag mal, nachvollziehbare Bösewichte, weißt du? Weil du in Attack on Titan natürlich sehr viel Grausamkeit hast. Wir denken alle daran, was mit Edens Vater und seinen Kumpanen so passiert ist und so. Und das ist die Art von Grausamkeit, die du von Anfang an in dieser Serie hast. Aber dann jetzt so eine kleine, putzige Mörderin irgendwie aufzuziehen, die ihr Leben lang von den falschen Leuten indoktriniert wurde und sogar das Leben von einer unserer liebsten Heldinnen genommen hat und sie dann trotzdem, meiner Meinung nach, gut genug so zu schreiben, dass du ihren Struggle fühlst. Ja, muss ich auch sagen. Das ist so gut, das ist gut. Also, ich muss sagen, Gabi, auf jeden Fall, was das Writing angeht in ihrem Charakter, das, was ich am meisten an Attack on Titans feiere. Top, einfach top. Muss man ja auch wirklich sagen eigentlich, wirklich. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich feiere Gabi so, wie alle Leute Rainer feiern. Und das mit Rainer verstehe ich ja nur so halbwegs, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, Rainer. Aber Rainer ist so, keine Ahnung, das hat auch wirklich begonnen in diesem einen Moment, wo Rainer diesen einen richtigen Moment hatte, wenn du weißt, Staffel 2. Ja, ja, ja. Das war ja ungerecht. Aber Gabi ist so anders. Gabi ist so anders. Ja, auf jeden Fall, das ist ... Also, ich bin auf jeden Fall eher Camp Gabi, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch mehr Camp Fireball. Ja. Aber lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr diese Folge fandet. Was war so euer Highlight? Haben wir eurer Meinung nach irgendwas super Wichtiges nicht angesprochen? Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare, ohne großen Spoiler. Akira, hast du noch irgendwas, worüber wir reden können? Nö, eigentlich wurde alles erwähnt. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns nächste Folge. Und, äh, ja, nächste Woche. Und, ja, die Folge wird, wird Hype. Also, ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben dann jetzt so fünf Folgen. Und, äh, wenn die Staffel wirklich da endet, wo man im Konsens vermutet, wo sie enden wird, dann werden einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob schon nächste Folge übertrieben krass wird, aber die letzten vier Folgen werden einfach ein Feuerwerk sein hintereinander, glaube ich. Ja, ja. Und da muss man ja auch sagen, wenn das wirklich so kommt, wie wir vermuten, ist diese Staffel endgültig gerettet. Also, wir sind ja längst über den Punkt hinaus, wo wir Mapper angezweifelt haben. Und da muss man sagen, sofern jetzt auch noch der Cliffhanger am Ende passt und, ähm, die Staffel zufriedenstellend aufgelöst wird durch eine weitere Staffel vielleicht, ähm, ist das eine gegotete Staffel. Muss man ja wirklich sagen. Also, wirklich dann eine der besten Staffeln, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sogar sagen, stand jetzt auf jeden Fall Kandidat für beste Season. Aktuell schon. Okay, äh, aber lasst uns auf jeden Fall wissen, äh, wie findet ihr diese Folge? Was war euer Highlight? Was war euer Lowlight? Wie steht ihr eigentlich zu dieser ganzen Gabi-Entwicklung? Ich wollte Gabi sagen, weil Gabi in MHA sowas ähnliches tut. Aber, ja, wie findet ihr diese ganze Gabi-Entwicklung? Lasst es uns wissen. Folgt natürlich Akira auf seinem YouTube-Kanal. Er macht sehr schön, äh, Black Clover-Content. Und wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.